Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zu Birgit's Musikstunde. Heute spielen wir an die Freude und die linke Hand begleitet mit Akkorden. Kommt her an die Tasten. Die linke Hand hat die Akkorde C und G7 in halben Noten. Ich spiele die rechte Hand, ihr klopft zum nächsten Rhythmus mit in halben Noten. Das geht so. Eins, zwei, drei, vier. Ihr klopft einfach. Gut gemacht. Wenn das klappt, dann dürft ihr jetzt die Akkorde spielen. Ich spiele sie ganz leise mit. Eins, zwei, drei und C Akkorde. G7 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 Gut gemacht. Drückt den Tastel. G7 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 6 G8 G7 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 Vielen Dank.